Willkommen zurück hier auf dem Kanal. Wir haben ein seltenes Fahrzeug gehabt, Porsche Boxster 986. Was heißt selten? Habe ich auch noch nie hier gehabt und der ist in einem sehr schlechten Zustand. Eigentlich wollte ich kein Video machen, aber ich mache jetzt doch ein YouTube-Video. Schaut euch den vorher Zustand an und guckt euch dann die Verwandlung an. Wir hatten hier leider auch ein begrenztes Budget. Drei Durchgänge waren geplant. Ich habe vier gemacht, das schon mal vorab. Guckt euch an, was mit dem Auto jetzt passieren wird. Wie gesagt, vier Gänge plus High-End-Keramik-Versiegelung, nur Lack. Keine Felgen, nichts. Ich habe dann nachher auch noch die Kunststoffe außen versiegelt. Könnt ihr euch auch mal angucken, wie da die große Veränderung ist. Passt einfach super ins Gesamtbild. Jetzt guckt euch an, was man mit einem 17 Jahre alten Waschanlagenauto machen kann, der komplett zerrammelt ist und in Unischwarz mit begrenztem Budget. Viel Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo hier. Schreibt nachher deine Meinung in die Kommentare. Natürlich bleiben Grazer drin, Leute. Wie gesagt, nur vier Polierdurchgänge, aber ich denke, wir haben hier eine krasse Wertsteigerung erzielen können. Jetzt geht los. Gucken wir uns mal den Lackzustand an. Da braucht man ja mehr viel zu zu sagen. Eieieieiei. Ja. Ja. 5 4 Das war's. 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 Das war's.